wir wünschen ihnen viel vergnügen mit dem nun folgenden film dies ist der nachtmarkt von loai einer kleinen stadt im nordosten von thailand diese freundliche frau hier macht roti eigentlich kommen roti aus indien sind so eine art crepe und werden gefüllt meistens in der variante mit bananen oder ei und süßer milch hier wird der roti in kleine häppchen zerteilt kommt in eine styropour packen damit es warm bleibt und noch ein paar soßen drauf süße milch hier das ist kein ketchup das meist schokoladen so wie jetzt hier sind zwei fertig suppen die rechte die rötliche ist erheblich schärfer als sie aussieht äußerste vorsicht hier werden jetzt kleine kuchen gemacht zwar in einer art waffeleisen wird zuerst der teich angebacken und anschließend wird dann jede dieser art madeleines von hand einzeln in einer füllung versehen ist alles gut durchgebacken wird in dem nächsten arbeitsschritt alles von hand mit einer schere klein geschnitten wenn sie mehr über südostasien erfahren möchten besuchen sie es doch mal auf unserer internetseite